Leute, dieses DIY ist einfach so süß, ihr müsst es ausprobieren, wenn ihr das nächste Mal jemand beschenken möchtet, zum Geburtstag oder Weintienstag zum Beispiel. Dazu klebt ihr ein Stück Papier so zusammen, wie ihr es gerade gesehen habt, schreibt danach Komplimente oder vielleicht Gutscheine für irgendeine Aktivität auf Papierschnipsel, verstaut die da drin. Übrigens gibt es das ganze Tutorial auf meinem YouTube-Kanal hier, also ihr könnt ihr alles nochmal richtig ausführlich anschauen. Danach basteln wir aus Frischhaltefolie und Papier wieder eine größere Verpackung, in der die ganzen Süßigkeiten verstaut sind und fertig sind unsere Love Candy. Und so hat die Person, die das bekommt, jeden Tag eine kleine Überraschung in diesen Süßigkeiten drin. Ich finde es einfach so cute.